Risikofaktoren für die Entstehung von Krampfadern sind Übergewicht, eine Schwangerschaft, viele Sitzen und eine familiäre Veranlagung. Sie treten bei Frauen häufiger auf als bei Männern. Aufgrund hormoneller Einflüsse sind Frauen anfälliger für ein schwächeres Bindegewebe, wie zum Beispiel bei Cellulitis. Und das gilt leider auch für das Gefäßsystem. Außerdem neigen Frauen dazu, von Natur aus weniger Muskelmasse zu haben als Männer. Es gibt verschiedene Arten von Krampfadern. Sogenannte Besenreißer sind sehr dünne, violette Muster und betreffen die kleinsten Venen. Netzförmige Krampfadern sind eine fortgeschrittene Reform, bei der die Verzweigungen der großen Venen betroffen sind. Sie sind dicker als Besenreißer und haben eine bläuliche Färbung. Stammkrampfadern sind das am weitesten fortgeschrittene Stadium von Krampfadern. Sie sind groß, geschlängelt und tastbar und aus medizinischer Sicht am wichtigsten. in www.rkrampfadern.de